Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Review von MS-ITC. Ich stelle heute das neue Top-Modell von MS-ITC Matiminko vor, und zwar die S03. Die S03 ist eine Taschenlampe, die in der gleichen Liga wie die S02 spielt. Beides sind sogenannte Taschentrackster, also Taschenlampen im Kompaktformat, die aber extrem hell sind. Während schon die S02 bis zu 2033 Ansiedlungen bietet, setzt die S03 dem Ganzen nochmal eine Schippe drauf. und liefert laut Hersteller bis zu 2200 Ansiedlungen. Das ist natürlich für so eine kleine Taschenlampe eine gewaltige Leistung. Und ich wiederhole das, was ich in meinem Review zur S02 schon gesagt habe, nämlich, dass um diese Leistung zu erzielen, auch entsprechende Akkus notwendig sind. Sprich, auch hier gilt wieder, ich wiederhole mich, hochwertige Akkus verwenden, die auch die entsprechenden Ströme liefern können. Und auch hier gilt wieder ganz klar, ich empfehle unsere Shockley-Akkus, denn die sind damit getestet. Und diese Kombination kann ich auch wirklich vorbehaltlos und bedenkenlos unseren Kunden empfehlen. Wie es mit billigen Akkus aussieht, kann und will ich nicht beurteilen. Interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht, denn ich teste die Lampe nicht mit jedem Akku dieser Welt. Von daher gibt es eine klare Empfehlung. Und ja, okay. Zur Lampe selber. Sie fällt einen Tick größer aus, vor allem im Kopfbereich, wie die S02. Wenn man genau hinschaut, kann man erkennen, dass ja die S03 einen etwas größeren Durchmesser hat. Auch viel macht es allerdings nicht aus. Okay. Genauso wie die S02 lässt sie auch die S03 umbauen. Ein entsprechender Adapter ist im Lieferumfang enthalten. Sodass auch die S03 mit einem 18650 Akku betrieben werden kann. Ansonsten ist im Lieferumfang noch enthalten eine deutsche und eine englische Bedienungsanleitung. Dann auch hier wieder der aufschraubbare Rettungshammer. Ich möchte es tatsächlich auch nicht aufreißen. Es ist einfach nur eine aufschraubbare Spitze, um zum Beispiel im Notfall Fensterscheiben von Autos einschlagen zu können. Ein Clip ist ebenfalls noch enthalten. Ohrringe, ja, das übliche halt. Aber was diese Lampe aus meiner Sicht ebenfalls sehr interessant macht, ist das User Interface. Bekanntermaßen gilt immer, dass einen freut das andere Leid. Und speziell bei UIs von Taschenlampen wird es wahrscheinlich genauso sein wie bei der Diskussion am Automarken. Der eine bevorzugt BMW, der andere bevorzugt Mercedes und der dritte Audi. Aber man wird wahrscheinlich nie alles auf einen gemeinsamen Nenner bringen können. Insofern hat der Hersteller mit der S03 eine gute Lösung auf den Markt gebracht, wie ich finde. Nämlich die MS-ITC-MATI MINKO S03 vereint im Prinzip zwei User Interfaces in sich. Zum einen ein reguläres oder ein, wie auch schon von der S02 bekannt ist, mit dem sich die einzelnen Modi durch Drücken des Seitenschalters umschalten lassen. Es gibt aber auch ein User Interface, der sich bei vielen Anwendern in letzter Zeit zunehmender Beliebtheit erfreut. Und das ist das sogenannte Narsil-M Interface. Narsil-M ist im Prinzip eine, ja, wie erkläre ich es am besten, eine Art Open-Source-Betriebssystem für Taschenlampen. Also sprich ein Treiber für die Elektronik und regelt die Art und Weise, wie eine Taschenlampe bedient werden kann. Ist jetzt zwar vielleicht nicht die perfekte Erklärung, aber ich glaube, so kann man sich das ganz gut vorstellen. Das bedeutet auch, dass diese Lampe, wenn sie, so wird sie zumindest aus der Fabrik geliefert, sie verwendet defaultmäßig Narsil-M. Und das bedeutet auch, sie verfügt über ein sogenanntes Ramping. Das heißt, ich kann durch Drücken des Seitenschalters und gedrückt halten, die Helligkeit der Lampe schnell hoch und runter regeln. Das ist natürlich nur ein kleiner Teil von dem, was diese Firmware sonst noch zu bieten hat. Es gibt dafür auch eine ausführliche deutsche Beschreibung im Internet. Das hat sich da jemand wirklich sehr viel Mühe gegeben. Und ich halte es auch für unbedingt empfehlenswert, wer da etwas tiefer einsteigen möchte, sich tatsächlich mal diese deutsche Anleitung durchzulesen. Diese Lampe ist auch in Teilen frei programmierbar. Eben das, was der Softwareentwickler vorgesehen hat. Und bietet aber ansonsten wirklich für jeden Geschmack etwas. Die Betriebsmodi lassen sich natürlich auch umschalten. Wer lieber die traditionelle Bedienung mag, über das Durchschalten der einzelnen Leuchtmodi mit dem Seitenschalter geht natürlich alles auch. Ich kann natürlich auch hier zum Beispiel mit einem Doppelklick den Turbo-Mode mit bis zu 2200 Lumen aufrufen. Und das ist dann, wow, wirklich unglaublich hell. Das gibt der Kamerasensor leider nur, ja, teilweise wieder. Die Lampe hat natürlich auch einen Mode-Memory. Das heißt, ich kann sie in genau dieser Einstellung ausschalten. Wenn ich sie jetzt wieder einschalte, verwendet sie wieder genau diesen Leuchtmodus, beziehungsweise diese Helligkeitsstufe, die zuletzt aktiviert war. Eine tolle Sache, wie ich finde. Einfach bedienbar. Und, ja. Hier gibt es natürlich auch noch einen USB-Port zum Laden von Akkus in der Lampe. Was man natürlich wissen muss, oder beziehungsweise ganz klar, auch diese Lampe kann die Gesetze der Physik nicht umgehen. Wenn man Taschenlampen in diesem Format, oder speziell in diesem Format, längere Zeit in der höchsten Leuchtstufe im Turbo-Mode betreibt, dann werden solche Lampen natürlich sehr heiß. Da wird man, wenn es die Lampe nicht von sich aus tut, dann schon freiwillig selber herunterregeln, um sich nicht die Finger zu verbrennen. Das ist aber kein technisches Problem, sondern das ist eine normale physikalische Gegebenheit. So, jetzt möchte ich nur kurz die S03 im Betrieb mit einem 18-350-Akku zeigen. Okay. Auch hier gilt natürlich wieder dasselbe. Seitenschalter gedrückt halten und dann ramt die Lampe hoch und runter. Hier wieder mit einem Doppelklick der Turbo-Mode. Also, ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert, ganz ehrlich. Was diese kleinen Lampen hier an Leistung raushauen, ist wirklich, wow, beachtlich. Hier zum Vergleich nochmal die S03 mit der S02. Man sieht, dass die S02 einen Tick kompakter ist. So sieht man es vielleicht besser. Aber wie gesagt, viel schenkt sich es nicht. Auch die S03 ist qualitativ wirklich sehr gut gemacht. Toll verarbeitet. Da gibt es wirklich nichts. Hier Fehler in der Anodisierung oder sonst irgendwas. Also, mir gefällt sie sehr gut. Hier hinten lässt sich übrigens noch ein Lanyard anbringen, wer das mag. Man sieht auch hier noch die etwas zahlreicher vorhandenen Kühlrippen im Vergleich zur S02. Und vielleicht noch zum Abschluss ein Vergleich mit einer noch kleineren Lampe. Auch eine meiner bevorzugten EDC-Taschenlampe, und zwar die Incentio V3X von Lumapower, die noch etwas kleiner und kompakter ist, aber dafür eben auch keine 2000 Lumen erzeugen kann. Gut, wie auch immer. Ich hoffe, mein Video-Review war informativ. Und ja, in diesem Fall oder in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.